So, willkommen zurück zum Let's Play Mass Effect 2 nach dem Ende von Mass Effect 2, weil wir haben ja noch das DLC The Arrival zu tun, machen, tun, tun, tschuldigung, ich weiß, das gehört Hannibal, ich sag's nur das eine Mal, so, als nächstes Fisch ist für Tannen, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, neue Panzerung, ich glaube, ich nehme mal das alte M7 Modell, also das hier, mit der N7 Bemalung, also einfach alles so, aber das machen wir schwarz, das sieht besser aus, so, dann können wir ja noch einmal die riesige Runde machen, mit der ganzen Crew reden, weil die haben jetzt alle was zu sagen, zu meiner Entscheidung, die Basis dem Unbekannten zu lassen, nachdem was der gesagt hat, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das richtig gut war, aber erstmal kennen, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten, wirklich? Die Nachricht ist für die Tradition von der Umkarte Shepard, ich habe von dem Angriff erhalten, äh, erfahren, ha, das Ganze ist eine Direktprovokation der Kollektoren und ein Zeichen, dass wir ihnen Angst eingegangen haben, der Verlust ihrer Crew ist eine Katastrophe, aber sie hat sich im Grunde begrennt, ist der Risiko für diese Mission gemeldet, Immerhin hat sich vermutlich für den Aufschub von Rettungsmassen ausgesprochen, bis sie für den Durchtritt des Omega 4-Port tatsächlich bereit sind, ich weiß, Sie wissen, wenn am liebsten losbrechen, aber blinde Actionisten für das Opfer ihrer Crew herabwürdigen, Sollte sie bereit sind, haben sie meine volle Unterstützung, bringen sie zu Ende, Shepard, immer daraus, wie Ihnen kann es schaffen, ich wollte das mal ein bisschen schneller lesen, ich kann auch ein bisschen schneller reden, aber das wäre ja ein bisschen blöd, weil wir das Simples Player ja eigentlich nicht tun sollten, So, ähm, genau, Kelly Sie sind gekommen, ich wusste es, danke, vielen, vielen Dank Wie geht es Ihnen, Kelly? Ich halte durch, aber ich kriege diese Bilder nicht aus meinem Kopf Gefangen, ersticken, es dringt in jede Pore ein, entferntes Schluchzen im abgeschlossenen Raum, aber ich muss das verdrängen Es geht mir wieder gut Ich lebe Ganz die alte Kelly Das wäre alles Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen Ja, kann es sein, dass Kelly ein bisschen mit Zane verwandt ist, will ich nur mal so sagen Ich sagte doch, wir bohren den Kollektoren einen neuen Damausgang Ja, der Commander hat es wirklich durchgezogen Jawohl, einen neuen Damausgang, habe ich auch noch nicht gehört Oder, ich glaube, ich habe es schon mal gehört Egal Äh, Joker, was hast du zu sagen? Ey, Shepard, bin echt froh, dass diese Kollektoren-Reaper-Scheiße vorbei ist Sie ist doch vorbei, oder? Es ist nie vorbei Doch, nach Mass Effect 3 ist es vorbei Aber jetzt ist es wirklich vorbei, du hast recht Denn das ist erst der Anfang Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wissen Sie, es ist wirklich angenehm Edi hat die unangenehmen Aufgaben in allen Bereichen übernommen An so eine Hilfe könnte ich mich gewöhnen Ich habe nicht vor, Ihnen jedwede Verantwortung abzunehmen, Jeff Nein, nein, alles in Ordnung Halten Sie mich nur auf dem Laufenden Unauffällig Edi ist keine Krücke Sie sollen schon weiterhin alles im Auge behalten Augen sind kein Problem, Commander Augen habe ich im Griff Wenn Sie Ihre Augen in die Hand nehmen würden, entspräche das wohl kaum Shepards Absicht Menschliche Absichten sind schwer zu erkennen, Edi Aber mit etwas Übung schaffen Sie das schon noch Joker Schon gut, schon gut Das wär's im Moment Bis dann, Commander Auf Englisch wäre das doch so viel lustiger Weil dann würde Joker sagen, nachdem Shepard gesagt hat Nicht so, mich jetzt brauchen und so Würde dann auf Englisch sagen It's okay, Commander, I've got my eyes covered Und das ist ja doppeldeutig Weil jetztens auf seine Augen aufpassen Oder zweitens seine Augen in die Hand nehmen Und Edi versteht das halt so falsch Gott, Wicke sind nicht gut, wenn man sie erklären muss Ja, es ist aber auch die deutsche Übersetzung und so Ich rede schon mehr zu viel Ich bin froh, dass wir den Kollektoren gegeben haben, was sie verdient hatten, Shepard Es passt mir zwar nicht, dass wir jetzt alles dem Unbekannten übergeben Aber wenigstens ist die Menschheit nicht mehr in Gefahr Zumindest vorerst nicht Die Kollektoren sind noch nicht das Ende Ganz bestimmt nicht Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben Aber wir sollten uns besser gleich wieder bereit machen Sie haben es wirklich raus, wenn man sich Feinde schafft Tja Wir sprechen später Commander Ich bin halt gut Selbst im Feinde machen Wenn mir auch einer an die Karre pisst Cerberus ist besser als die Kollektoren Dennoch hätte ich ihnen die Basis nicht übergeben Riskant Mehr als riskant Gefährlich Hoffentlich wissen sie, was sie tun Zurück an die Arbeit Bin hier, wenn sie mich brauchen Menno Kann jetzt mal irgendeiner sagen Gut gemacht Irgendwer muss doch hier was zu sagen haben Wie gut gemacht, Shepard Wir haben jetzt die Technologie der Reaper Das macht bestimmt alles in Mass Effect 3 Einfacher Meine ich jetzt Also die sagen nicht Mass Effect 3 Weil Naja, ihr wisst schon Und so Ich bin beunruhigt, Shepard Ihnen vertraue ich, aber nicht ihrem Auftraggeber Er wird von Wut und Angst getrieben Ich fürchte, wir haben lediglich dafür gesorgt, dass er ein Gigant geworden ist Da Ich muss jetzt gehen Ich kehre zu meiner Meditation zurück Warum? Sag mir einer mal gut gemacht, Shepard Danke, dass Sie uns alle lebend rausgebracht haben, Shepard Ich weiß nicht, ob es klug war, die Basis dem Unbekannten zu übergeben Cerberus hat eine sehr enge Sicht der Galaxie Trotzdem war es natürlich ihre Entscheidung Und das respektiere ich Ich muss jetzt gehen Natürlich Nein, dass ich Sie alle lebend rausgebracht habe Und dann noch die Kuh gerettet habe Und dann noch das alles kaputt gemacht habe Es erfüllt mich mit Stolz unter Ihnen zu dienen, Commander Hawthorne ist immer noch auf der Krankenstation Wobei sein Stolz wohl mehr gelitten hat als seine Knochen Er wollte Joker unbedingt helfen Ah, sehr schön Könnte mir jetzt bitte jemand Wichtiges sagen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe? Vielleicht Gareth Hoffentlich kriegt Cerberus raus, was man mit der ganzen Tech anfangen kann Außerdem hoffe ich, dass Sie nichts Schlimmeres vorhaben als die Kollektoren Seien Sie vorsichtig, Shepard Das war wenigstens neutral Wir reden später, Gareth Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen Du bist immer da Immer Vielleicht sagt Gardner, der ja so halbwichtig ist, mal gut gemacht, Shepard Sie sind wirklich ein Held Die Kollektoren hatten uns schon in die Hölle verdammt Da haben Sie unsere mickrigen Ärsche wieder zurück ins Licht gezogen Sie sind für mich der größte Shepard Danke Und jetzt bitte von einer richtigen, richtigen Person Miranda Vor dieser Mission hätte ich niemals unsere Ziele in Frage gestellt Und jetzt kann ich nur hoffen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben Was immer Cerberus auf dieser Basis findet, ich hoffe, es ist das alles wert Weißt du was? Leck mich Zurück an die Arbeit Natürlich, Commander Selbst die, die zu Cerberus gehört, sagt, dass das schlecht war Sieht die denn hier? Alle bläm, bläm Gut, ich bin auch bläm, bläm, aber das soll ja keiner wissen Legion, du als vernünftig denkende Maschine müsstest doch wissen, dass das richtig war Interessante Entscheidung, Shepard Commander Die alten Maschinen haben ihrer Spezies angeboten, was die Gath anstreben Einheit Transzendenz Jetzt besitzen sie dieses Wissen selbst Wir hoffen, dass sie es nicht einsetzen Ihre Spezies verfügt über ein großes Potenzial Sie sollten sich ihre eigene Zukunft schaffen Miege, solltest du mal den Bolzen ausgewählern und schrauben Natürlich werde ich das einsetzen Ich muss zurück an die Arbeit Zur Kenntnis genommen Diese Technologie nicht einsetzen, der ist doch wohl verrückt Wir sind ja alle im Moment verrückt Außer Shepard Und Gardner Der ist auch nicht verrückt So, von wem darf ich mich jetzt noch anhören lassen, dass das eine dumme Entscheidung war? Seid hat gar nichts zu sagen, der sagt nur irgend so eine Scheiße, die nichts zu sagen hat, wenn man mit ihm rabbelt Grunt Guter Kampf, Shepard Aber Cerberus die Basis zu geben war Schwach Dieser Unbekannte versteckt sich doch Er war klug, sie zu verpflichten Aber ein wahrer Kampfmeister greift zusammen mit seinem Clan an Und Tali wird jetzt wohl nicht das sagen Oh Hallo, ihr habt doch bestimmt was Tolles zu sagen Danke, dass sie uns rausgeholt haben, Commander Ich dachte schon, um mich sei es geschehen Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen Danke Ja, wenigstens Danke Weitermachen Jawohl, Commander Ist ja auch was Ich weiß, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten Aber ihnen die Basis zu übergeben war gefährlich Ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann nochmal leid tun Dann zurück an die Arbeit Wir reden später weiter Ich sag dazu gar nichts mehr Wir werden ja schon sehen In, äh Welcher Tag ist heute? Samstag? Lass mich kurz rechnen Hm? In fünf Tagen werden wir sehen, wer recht hat Ja Das wird sicher ich sein Also Soll man ohne Reaper-Technologie Die Reaper bitteschön töten Was ist das? Ihr habt ja gesehen, was Tufferin mit der Äh Citadel-Flotte angestellt hat Und das war doch die stärkste Die Alle irgendwie aufzubieten hatten So Na ja Dann will ich doch mal Mangels Äh Anderer Beschäftigung Wichtiger Beschäftigung Für Admiral Hackett Diese Doktor Kenson retten Gehen Fliegen Zack Zack sind von Männern in der Galaxis So Aratort Dr. Kenson retten Aber immer Nur einmal kurz Er tree Ein Zitat von John Grissom Das will ich mal eben kurz durchlesen. Könnt ihr auch machen. Warte, am Anfang ein Zitat von John Grissom. Wer nicht weiß, wer John Grissom ist, der soll sich bitte schön schämen und das erste Mal zu singen lesen. Wollte man inzwischen mal gelesen haben. Als gebildeter Mass Effect Fan. Schrecklich Fanatiker. Ach ja. Meine Nerd-Karriere ist ja auch ziemlich weit geschreift. Geschreift! Genau! Geschreift! Ja, supi. Den Cain steck ich mal lieber weg. Tauschen gegen meinen alten Raketen wäre fein. Jedoch etwas zu heftig. So. Ey, mal schönes Sauwetter. Sowas lieben wir doch. 6.45 Uhr. Ein bisschen technische Informationen geben zu Mass Effect 3. Was schon bekannt ist. Ich werde natürlich nicht Spoiler, nicht ein kleines bisschen, da ich auch überhaupt nichts weiß. Weil ich habe mich komplett Spoiler-frei gehalten. Okay, fast komplett. Ich weiß ein paar Sachen. Und diejenigen Personen, oder ich, weil ich mir das manchmal selber spoilern, sollen bitteschön zur Hölle fahren. Ja, ja gut, ich auch natürlich, dass ich da Mass Effect 3 letztendlich gemacht habe. Ähm, naja. Was wissen wir über Mass Effect 3? Ganz schön runtergekommen. Ah ja, fangen wir mit den schlechten Fakten an. Das Kennen vom Planeten wird es wieder geben. Deshalb, äh, werde ich wohl auch wieder Stunden und Stunden damit verbringen, vor einem Planeten zu sitzen und mit dem Mauszeuger kreisförmige Bewegungen zu machen, um irgendwas aus irgendeinem Planeten zu holen, um damit meine Waffen zu verbessern. Yay. Wait, klar, vor allem ein Bruch. Puff. Oh, halt, da muss ich durch. Schönes Feuer. Ich finde, das sieht sowieso schön aus, aber... Ich finde jetzt im Moment, dass alles schön aussieht, weil ich in den letzten zwei Tagen Advance Wars gesuchtet habe mit dem Emulator und, äh, äh, schon etwas älter war. Oh nein, noch ein Baron. Naja, äh, was wissen wir noch? Ähm, ja, der Multiplayer-Modus ist ja erstmals in der Mass Effect-Beschichte ein Multiplayer-Modus. Habe ich auch schon angespielt, Videos sind auf YouTube. Und ich finde den persönlich richtig gut. Das sehe ich. Was ich kann sagen, ja, Mass Effect Singleplayer, aber solange es so ein Multiplayer gibt, bin ich immer dabei. So, jetzt hören wir zwischendurch noch diesen fessischen Lock zu. Angeblich, wie wir das im Last der Regengutte von Menschen. Wie ungezählver. Ist man denn alles sicher vor denen? Wir sollten sie alle auslöschen. Eher nicht. Naja, wo war ich? Äh, ja. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja.